Also für diesen Podcast lohnt es sich auf jeden Fall die YouTube-Version anzuschauen, weil wir hier in einer richtig coolen Location sind. Ich bin gespannt, wie der Sound hier ist in diesem Mobil, unser neues Zuhause. Wir haben uns richtig gegönnt und erstmal einen Wohnwagen gekauft. Oder? Ja. Für vier Tage. Ja. Wir sind auf dem Campingplatz Hof Biggen am Biggesee und sitzen hier in unserem Caravan, den wir gemietet haben, mit sehr großem Vorzelt. Auto steht direkt davor. Ist ziemlich cool. Man parkt, und geht direkt in das Vorzelt rein und geht dann direkt hier rein. Wir sitzen jetzt hier in der kleinen Sitzgruppe und da vorne ist so abgetrennt mit so einem Raff-Rollo dazwischen das Bett, wo wir schon eine Nacht geschlafen haben. Links ist noch eine kleine Toilette, die man aber benutzen kann, aber da muss man sie sauber machen. Deshalb gehen wir zum Waschhaus. Ja, dann gibt es hier noch ein Gasherd, aber wir haben sowieso unseren Instant Pot dabei. Kleine Spüle. Ganz viel Fenster. Und Gardinen. Sehr kitschig, oder? Nö. Nö, ich finde die Farben okay, ist neutral. Aber der oder diejenige, der mehr, also die mehr sehen will, kann einfach bei mir gucken, weil ich werde sowieso einen Vlog machen. Deswegen, da wird man so alles sehen, was es hier gibt. Und bis jetzt erste Nacht, Campingerfahrung, das hast du schon gelernt oder mitgenommen? Weil das fühlt sich definitiv länger als einen Tag an. Also die Zeit läuft hier langsamer. Ja, so wie immer, wenn wir im Urlaub sind, habe ich das, also im Urlaub, so wir nehmen das nur, damit die Leute nachvollziehen können, aber für uns ist Urlaub fast jeden Tag, auch zu Hause. Ja, nur so nachts nicht alle Fenster auflassen, weil es wird schnell kalt. Ja, es war heute Nacht wirklich erstaunlich kalt. Ich glaube nur so 10 Grad, wenn überhaupt. Heute Morgen war es 10, also es war heute Nacht vielleicht noch kälter. Und sonst, ja, für dich vielleicht ein höheren oder eine höhere Karawand vielleicht? Hier drin gilt es, die Türe ist ein bisschen, habe ich mir den Kopf angehauen, aber ja, man gewöhnt sich dran. Also sonst, ich finde das eigentlich richtig geil. Also ich habe, als du die, also so Flaschen und alles mit Wasser ausfüllen warst, ich habe schon so rumgeguckt und gedacht so, ich könnte wirklich da drin leben. Ich habe versucht herauszufinden, so, was würde ich vermissen oder was, denke ich, ist vielleicht ein Nachteil, aber ist schwierig. Ja, vielleicht, also es muss schon gut isoliert sein, also. Kommt drauf an, wo man steht, ne? Genau, und. Wenn man jetzt irgendwo in Südfrankreich ist. Ja. Ja, da, wo es sowieso keinen Winter gibt, muss man sich keine Sorge machen. Ja. Nee, ich finde nichts. Ich finde es geil. Vielleicht, also ich finde, ja, man kann das natürlich so auch gestalten, dass, dass es ein bisschen mehr Deko gibt. Ja, klar, wenn es dein eigener ist, dann kannst du natürlich sagen, okay, den, das Bad brauche ich nicht, weil ich habe auf dem Campingplatz eine Sanitäranlage oder den Schrank brauche ich nicht oder ich baue mir hier einen Stehschreibtisch ein. Wir haben auch jetzt hier die Möglichkeit zu sitzen und hinten zu schlafen. Aber es ist richtig breit. Und die Couchi ist für zwei Personen eigentlich schon zu groß. Ich glaube, der Wohnwagen ist auch eigentlich für maximal vier Personen. Klar, das kann man sich natürlich alles optimieren. Okay, brauche ich einen Garsherd oder nicht? Also wenn ich einen Instant Pot dabei habe, dann brauche ich gar keinen Herd. Also den Platz könnte man auch schon wieder anders nutzen. Kaffeemaschine steht jetzt noch da rum. Die bräuchten wir auch nicht. Ja. Ja, ich finde das krass, weil ich denke mir auch, auch wenn es ein bisschen kleiner wäre, also nicht so lang und nur auf Höhe, also halt ein Tiny House, dann würde ich mich genauso gut fühlen. Ja, also das, eine Tiny House wäre schon richtig geil, so ein Zwei-Etagen-Tiny House beziehungsweise eine Etage und oben noch so ein kleines Loft sozusagen zum Schlafen. Ja, genau. So eine mit Sanina, sodass du einfach nur hochgehst und da hast du dein Bett, so dein Schlafzimmer. Ich finde das so krass, also ich kann es kaum glauben, weil ich denke mir vielleicht früher, hallo Vögelchen. Ja stimmt, die gibt es auch hier jede Menge. Oh, wir, also nachts über, wir haben die so viel gehört. Und heute Morgen war auch einer zu Besuch. Ja stimmt, ja, der saß auf dem, auf dem Fenster, was so sich ausklappt und alles. Ähm, ja, ich finde das krass, also vielleicht ein paar Jahre früher hätte ich nicht gedacht, so vielleicht hätte ich gedacht, das wäre mir zu eng so zu leben, aber wenn man die gleiche Fläche nimmt und man macht das nur halt einen Raum in der Höhe, statt so, wie das Schlafzimmer jetzt ist, das wäre nicht zu klein, ist perfekt, weil. Mit dem Zelt davor. Ja, mit, ja, ja, oder so, also ein Carport haben wir gesagt. Ja, irgendwas, wo man halt noch aus dem Wagen rausgehen kann und kann sich draußen halt irgendwie unterstellen. Ja, dann würde ich halt, dass den Tisch hier, dass man so einen Stehschreibtisch daraus machen kann. Ja, so ein paar Sachen optimieren, also mehr Platz für die Dusche, vielleicht damit man eine geile Dusche-Experience hat. Oder Dusche draußen auch, wenn es sowieso. Also wir halten fest, der Platz von einem Caravan plus, also der ist jetzt vielleicht so, ich würde schätzen, fünf Meter lang oder sechs Meter vielleicht. Schwer zu schätzen mit den ganzen Möbeln, insgesamt von außen vielleicht sechs Meter würde ich schätzen. Ja. Und Caravan plus Vorzell sind vielleicht vier Meter breit. Weiß ich nicht, also Seiten bei fünf vielleicht, fünf mal, fünf, 25 Quadratmeter insgesamt. Kann man schon drauf leben auf der Fläche. Ja. Also was heißt, kann man leben? Offensichtlich. Es gibt Menschen, die leben auf dieser Fläche. Was ich zumindest jetzt gelernt habe schon von der Camping-Experience, man ist gezwungen immer sofort aufzuräumen, weil sonst stapelt sich die ganze Abwasch und Kleidung und so weiter. Man ist also mehr oder weniger gezwungen, wenn man nicht im Chaos versinken will, alles sofort wegzuräumen, alles akkurat zu haben, nicht zu viele Sachen anzuhäufen, weil wenn dein Schrank nur so klein ist, dann kommst du nicht auf die Idee, oh ich habe noch drei T-Shirts dazu, scheiß drauf. Ja, also ein bisschen so ein Erlaubnisschein, ein Permission Slip, um minimalistischer und organisierter zu leben, Platz zu optimieren. Und was ich noch gelernt habe, ist mir tatsächlich jetzt gerade auf dem Weg zum Waschhaus aufgefallen, weil das Wasser, was hier aus dem Hahn kommt, man kann damit spülen, steht aber dran, dass es kein Trinkwasser ist. Von außen ist auch kein Wasseranschluss an dem Wohnwagen dran. Wir haben zwar einen Stromanschluss, aber kein Wasser. Deshalb gehe ich davon aus, dass der Wagen hier irgendwo einen Wassertank hat. Hört man auch, wenn man den Wasserhahn anmacht, geht so eine kleine Pumpe an. Ja. Also es kommt nicht aus der Leitung, sondern eben über eine kleine Pumpe. Denke ich, dass das Wasser einfach quasi immer recycelt wird, deshalb sollte man das wahrscheinlich nicht tränken, weil das irgendwo ein bisschen gereinigt wird vielleicht oder mit Chemikalien vielleicht in dem Tank drin sind. Haben wir gestern getrunken? Haben wir gestern einen Schluck von getrunken, ja, mit einem Glas vielleicht. Aber darauf wollte ich nicht hinaus. Genau, deshalb müssen wir halt immer zum Waschhaus gehen, wo man halt Wasser sich aus dem Hahn halt holen kann. Und da ist mir gerade eben eingefallen, auf dem Weg dorthin, es geht ein bisschen schon ordentlich berghoch hier zum Waschhaus, in so fünf Minuten vielleicht ist man da. Vielleicht dreieinhalb Minuten irgendwie so und das kommt einem schon lang vor. Ja. Dreieinhalb Minuten ist nicht lang, aber dreieinhalb Minuten, um zur Toilette zu gehen oder um Wasser zu holen, ist schon lang. Und dann habe ich das, als ich es aufgefüllt habe, gedacht, boah Max, das ist schon wieder so ein Luxusproblem. Es gibt, ich weiß nicht mehr, wie viele Milliarden Menschen auf der Welt, die überhaupt keinen Zugang haben zu Wasser. Die Kilometer. Richtig. Und ich beschwere mich schon, weil ich drei Minuten einen Berg hochgehen muss, um mir frisches Wasser direkt aus dem Hahn zu holen. Und es gibt Leute, die laufen 20 Kilometer am Tag. Oder Tage. Oder 30 Kilometer oder was auch immer wie viel. Um dann an irgendeinem dreckigen Brunnen sich so ein bisschen Wasser eben rauszuholen. Für den Tag, für die nächsten zwei Tage, was auch immer. Und ich kann hier quasi kaltes oder warmes Wasser, wie ich will, aus dem Hahn holen. Und fange schon an, mich so innerlich ein bisschen, ich habe mich nicht wirklich beschwert, aber innerlich so, boah man, jetzt muss ich schon wieder da hochgehen. Oder zur Toilette. Man, haben nicht alle Menschen eine Toilette? Ich mache überall, also nicht überall jetzt in der Karre. Nee, kannst du nicht auf dem Campingplatz überall hinpissen und alles vollkacken. Dann musst du halt, aber nur so von der Idee her, so, okay. Ich muss mich anstrengen, um zur Toilette gehen zu können. Klar kannst du auch sagen, ich kacke überall, aber wenn du dann irgendwo festwohnst, überlegst du dir zweimal, ob du dann halt den ganzen Garten vollmachst oder nicht. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Menschen in irgendeinem Dorf leben, die an Krankheiten sterben, weil sie eben keine Sanitäranlagen haben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Man nimmt schon wieder alles für selbstverständlich. Trinkwasser, eine Toilette zu haben, alles in der Wohnung zu haben. Und sobald man mal ein, zwei Minuten gehen muss, um das zu haben, dann merkt man plötzlich, boah, shit. Oder nicht, man, ich, ich merke plötzlich, boah, ist ganz schön... Luxus. Ganz schöner Luxus, eine Toilette zu haben, Wasser aus der Leitung zu haben, für umsonst mehr oder weniger. Ja. Jetzt nehme ich erstmal einen Schluck von dem Wasser. Man schätzt das. Ja, oder? Also das sind so die Sachen, die ich jetzt zumindest hier am Campingplatz schon reflektiert habe. Ich glaube, es war eine Mücke heute Nacht hier. Ich habe einen Mückenstich, aber nichts Dramatisches. Gibt es etwas, was du vermisst? Also irgendein... WLAN? Ja, ja. Da müssen wir auch fünf Minuten gehen ungefähr, also acht Minuten gehen, bis wir eine gute WLAN-Verbindung haben, hier, wo wir sind, haben wir keine. Aber auch das wieder, das hilft, sodass ich nicht den ganzen Tag scrollen kann. Ich muss mir überlegen, okay, was will ich machen? Ich will die und die E-Mail schreiben, die und die E-Mail checken, weiß nicht, auf Ebay irgendwas verkaufen, ich will ein Thumbnail hochladen, ein Video hochladen. Ich muss mir also vorher überlegen, was will ich machen, gehe dann dorthin, arbeite die Sachen ab, wo ich WLAN habe, und dann ist es wieder gut. Also man muss sich auch vorher überlegen, was will man da machen mit dem WLAN. Und mehr, also weniger konsumieren und mehr produzieren oder kreativ sein, also... Nicht mehr oder weniger unbedingt, ich habe auch gerade eben beim Gehen gedacht, oh, heute Abend gehe ich vielleicht eine halbe Stunde hoch und gucke mir ein paar Fitness-Videos an, habe ich irgendwie Lust drauf. Aber dann weißt du es vorher schon. Es ist nicht so, ich habe nichts zu tun, ich mache YouTube an und gucke mal, was gerade da ist. Ja, genau. Ist es mehr intentional oder intention... Kann man das sagen? Ja, mit einer Absicht dahinter. Ja. Ich mag das Wort so intentionell. Also Intention gibt es, aber ich weiß nicht, ob intentional ein Wort ist, aber so mit einer Absicht das Ganze machen. Ansonsten, was fehlt mir? Also gibt es irgendwelche, ich sage mal so, eine Freiheit, etwas, wo du dich freier dabei fühlst, was du in unserer Wohnung machen kannst, was du hier vielleicht mit mehr Einschränkungen machst? Ja, arbeiten, ne? Ja. Also an einem Stehschreibtisch stehen und sowas zu machen. Ja, Stehschreibtisch, aber sonst? Stehschreibtisch vermisse ich in der Küche ein bisschen mehr Platz zu haben. Okay, ja. Also vernünftig schneiden zu können mit einem Messer und einem Brett, dass man da Platz hat. Weil wenn man dann versucht, auf dem Tisch das irgendwie zu schneiden, dann hat man eine blöde Position und dann tut der Rücken weh. Sowas. Aber ansonsten fällt mir jetzt gerade spontan nichts ein, ne? Also WLAN, ein bisschen mehr Platz in der Küche, ein Stehschreibtisch, Toilette. Badewanne muss man nicht haben, ne? Badewanne ist... Ich könnte auch ohne Badewanne leben. Ja, weil gerade heute vor allem, wir waren in der Sauna. Stimmt, da wollte ich auch noch drüber sprechen. War richtig cool und... Also ich finde so, ich fühle mich nicht weniger komfortabel, dass es weniger bequem ist für mich, so den Alltag, weil ich, weißt du, dass es mehr inconvenient ist oder so. Ich habe, ich fühle so die gleiche Freiheit, die ich zu Hause habe, nur mit halb weniger Platz, weil ich habe dir eben gesagt, weil wir in letzter Zeit viel assoziiert haben, viel verkauft haben und ich habe das Gefühl so, dieser leere Raum oder dieser leere Platz, was übrig ist, wenn man immer weniger Sachen hat, ich habe das Gefühl, es ist ja ein bisschen verschwunden. Verschwendet. Verschwendet, sorry. Ja, immer wieder. Verschwendet, weil man eigentlich das nicht braucht und dann ist man nicht in dieser... Ich sage nicht, man muss an jeder Ecke der Wohnung sitzen oder sein stehen, aber hier habe ich das Gefühl, dass ich wirklich alles nutze und genieße und schätze und deswegen, ich vermisse nix. Weißt du, was ich meine ungefähr? Ja, ist bei mir aber anders. Also wenn ich zu Hause bin, freue ich mich trotzdem, dass ich wieder viel Platz habe. Okay. Für die Bewegung. Also ich bin nicht in der Wohnung und denke mir, oh, das Arbeitszimmer ist so leer, das ist so eine Verschwendung, was mache ich denn also gar nicht? Ja. Also ich sehe den Platz und denke mir, geil, da ist nix. Ich kann mich einfach da hinsetzen in die Ecke und in leeren Raum, nicht in den leeren Raum gucken, aber in einen Raum, wo nicht viel drin ist, gucken. Ja. Ja, hier auch ist eigentlich nix drin. Ja. Ja, Urban Sports Club war das nächste. Ich glaube, ich habe auf meinem Podcast noch nicht drüber gesprochen. Auf YouTube vielleicht. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also in einem YouTube-Video. Podcast ist ja auch auf YouTube. Urban Sports Club, wer es nicht kennt, man zahlt eine Mitgliedschaft monatlich an dieses Unternehmen. Da kann man sich aussuchen, welches Paket man haben will. S, M, L oder XL. Je nach Kategorie zahlt man natürlich mehr und hat dafür aber auch mehr Zugänge zu verschiedenen Sportstätten. Fitnessstudios sind dabei, Schwimmbäder, Saunen, manchmal eine Therme, Boulderhallen, Tanzstudios etc. Man zahlt eben einmalig, nicht einmalig, monatlich, einen Beitrag und kann eben verschiedene Einrichtungen benutzen. Zum Beispiel bei Paket M, was wir beide haben, kann man bei den meisten Fitnessstudios einmal pro Tag einchecken. Bei den, es gibt auch so ein bisschen höherpreisige Fitnessstudios, da hat man so vier oder acht Besuche im Monat. Schwimmbäder meistens auch vier oder acht, manchmal auch tägliche Besuche im Monat. Und wenn man jetzt Kategorie XL kaufen würde, hätte man Unlimited Zugang zu allen, die dabei sind. Das ist vor allem cool in großen Städten wie Düsseldorf, Köln, Berlin auch, wo ganz, ganz viele Studios und Fitness-Sportstätten da mitmachen. Jetzt, wo wir wohnen, geht es eigentlich auch, es sind auch schon recht viele. Ja. Und ich habe es jetzt seit einer Woche, glaube ich. Du warst am Freitag in Köln. Da hatte ich ein Videoprojekt und nach dem Videoprojekt habe ich die Gelegenheit genutzt und bin dann auch ins Holmes Place oder Holmes Place? Holmes. Holmes. H-O-L-M-E-S. Place in Köln gegangen. So ein bisschen höherpreisiges für ein Studio schon. Ja, sieht auch luxuriös. Luxuriös mit Schwimmbad und Sauna und Workpool dabei. Natürlich direkt alles genutzt und war richtig froh. So, oh geil, ey. Schon bezahlt. Also ich habe ja quasi schon im Vorfeld bezahlt und kann dann da alles benutzen. Und jetzt waren wir hier auch heute trainieren. Da gab es zufällig, wusste ich gar nicht, gab es auch eine Sauna, die wir dann noch benutzt haben nach dem Besuch. Dann habe ich schon bei uns zu Hause auch direkt um die Ecke zweimal schon in einem Fitnessstudio trainiert. Also bis jetzt hat es sich gelohnt. Wenn wir zurückfahren, haben wir schon gesagt, da kommen wir in einem Gym vorbei, wo es auch ein Schwimmbad gibt auf dem Weg nach Hause. Da werden wir dann auch anhalten. Und dann da trainieren, also für jemanden, der viel hier und da mal ist, hier und da mal trainieren will und verschiedene Sportarten machen will, Schwimmen, Turnen und was auch immer. Also jemand, der sich nicht festlegen will auf eine Sportart, für den ist es auf jeden Fall empfehlenswert. Und man kann jeden Monat kündigen und pausieren. Ja, es gibt das Unzählige. Danke fürs Zuhören. Ich wollte gerade sagen, sorry, aber Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Danke für die Möglichkeit. Ja, was wollte ich sagen? Ja, also gefällt dir Urban Sports Club? Ja, irgendwas habe ich gedacht, ist weg. Schwimmen? Nee, das weiß ich nicht. Irgendwo anhalten, trainieren, verschiedene Gyms, Sauna, bezahlen, Geld, Limitierung, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Dann ist es weg. Ja. Aber gefällt mir. Okay. So, jetzt habe ich schon zwei Sachen angesprochen. Einmal Wasser holen beziehungsweise dankbar sein für Wasser, wenn man es direkt in der Wohnung bekommen kann. Urban Sports Club. Du hattest auch Bock, einen Podcast zu machen. Worüber wolltest du reden? Ich hatte nichts geplant. Toll. Ich war dazu flohen. Ja, dann flohen man. Und vor allem über hier Caravanzeit. Dann floh. The stage is yours. The stage is yours. Kein Druck. Nee, so vor allem gestern ist mir eingefallen. Also gestern auf der Fahrt haben wir Bashar gehört wieder. Und ich habe das Gefühl, so die Folgen, die Workshops, wie auch immer man die nennen will, wo er redet. Co-Creations. Die Co-Creations, die kicken immer mehr rein. Also ich habe wirklich in den letzten Tagen, Wochen so immer mehr meine Glaubenssätze beobachtet. So alles, was hochkommt, Ängste, Zweifel in einer Situation. Ich schaue mir das an, so näher an und ich gucke, ich frage mich so, warum habe ich überhaupt diesen Glaubenssatz? Vielleicht woher stammt das? und wie kann ich das irgendwie umformulieren in eine positivere Weise, damit es mir dient? Und damit ich ein gutes Gefühl darüber habe, also so nicht mehr zum Beispiel mit Papierkram und so. Ich will nicht jedes Mal, wenn ich daran denke oder wenn eine E-Mail von der Krankenkasse kommt oder wie auch immer von Steuerberaterin, ich will nicht mehr so ein schlechtes Gefühl haben oder so plötzlich Angst haben und das ist etwas für mich so, ich habe eigentlich würde sagen wenig Ängste, aber bei sowas zum Beispiel, da kann ich schon ein bisschen Stress, Panik, Zweifel und so kriegen. Deswegen ja, fand ich das voll befreiend in letzter Zeit einfach zu denken, selbst wenn ich diese Glaubenssätze habe und es fühlt sich schlecht an in meinem Körper, ich kann das umformulieren, damit ich ein gutes Gefühl darüber bekomme, damit ich nicht mehr so mich eingeschränkt fühle und Panik bekomme. Was ich immer mag ist an diesen Workshops oder Seminaren, wie auch immer, ich genieße noch mehr die Fragen und Antworten als seine Monologe. Seine Monologe sind auch cool, aber wenn Leute aus dem Publikum Fragen stellen, weil man sich dann natürlich auch manchmal wiedererkennt in bestimmten Situationen, das Netzteil ist brennt heiß hier unten, Ja, passiert schon. Vielleicht auch auf dem Eisending geht es besser. Ganz oft sind es eben Glaubenssätze, die wir in der Gesellschaft haben und so Sätze, die wir einfach so raushauen manchmal und weil die so angekommen, so etabliert sind in der Gesellschaft, sagt auch jeder immer, ja, ja, stimmt und gibt dir da nicht irgendwie eine andere Meinung zurück. So, man sagt zum Beispiel, ja, aber so einen Job, wo alles Spaß macht, gibt es ja sowieso nicht. Ein bisschen Scheiß ist immer dabei. Wenn du sowas sagst, niemand wird dir sagen, nee, das stimmt nicht. Alle sagen immer dann, ja, ja, stimmt, hast ja schon recht. Ja. Oder Geld muss man verdienen. Geld muss man verdienen. Oder das und das wird schwer. So abnehmen, Gewicht verlieren, fällt mir jetzt gerade ein. Ja, ist schon schwer, ne? Ja, ist auf jeden Fall schwer. Rauchen aufhören, ja, ist auf jeden Fall schwer. Hier einen Parkplatz zu finden, da kriegst du keinen Parkplatz. Ja, aber so diese allgemeinen Sachen meine ich so, was wir als Gesellschaft definieren, was schwer, was schwierig ist, was nervig ist. Steuern sind immer nervig, ne? Ja, ja, wird dir keiner irgendwie Widerworte geben. Oder der Ferdi hat das auch mal erwähnt, so hier hält das aus, man kann das aushalten oder sowas. Weißt du nicht? Nein. Hier lässt, ja, das lässt sich aushalten, so das lässt sich durchhalten oder aushalten. Ich weiß nicht mehr. Wie passt das zu dem, was ich gesagt habe? Ja, so das war, weil das ist auch so eine etablierte Aussage, wenn jemand sagt, und ja, wie findest du das hier so? Ja, also, es geht so, aber so negativ formuliert. Das war gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich habe das gehört, mir fällt die Stelle ein, die du gesagt hast. Es lässt sich hier aushalten, sagt man. Okay, ja. Aber das ist gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte darauf hinaus, dass man Dinge sagt, zum Beispiel etwas ist schwierig und dann wird es auch schwierig, weil man es sagt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also, wenn mir jemand sagt, er ist schwer, Geld zu verdienen oder er ist schwer, Gewicht zu verlieren, ist er schwer, aufzuhören, zu rauchen, ist er schwer, einen Parkplatz in Köln zu finden, nachmittags um fünf, ja, da wird es auch schwer. Und das finde ich bei den Interaktionen so cool, wenn Leute Fragen stellen und er sagt dann irgendwie sowas, oh, if you say so, so, oh ja, okay, wenn du das so sagst, dann ist es das, was du erfährst. Und ich will damit sagen, wie sehr wir uns selber limitieren mit diesen Aussagen, und das fällt mir immer auf, wenn diese Fragen eben kommen, weil er so lustig darauf antwortet und man lacht dann auch natürlich drüber, das Publikum lacht auch ein bisschen. Ja. Und dann hinterfrage ich mich auch immer wieder, wenn ich so diese Gedankensätze, diese Glaubenssätze habe, so, wo kommen die her? Wo ist im Universum das Gesetz geschrieben, Gewicht verlieren ist schwer? Nur weil es den meisten Menschen schwerfällt, heißt es doch nicht, dass es für mich schwer sein muss. Wo steht denn, dass Geld verdienen harte Arbeit ist? Nur weil es für viele Geld verdienen harte Arbeit ist, deren Glaubenssatz das ist, heißt das ja nicht, das ist ja kein universelles Gesetz im Universum, Geld verdienen ist schwer. Ja, das wollte ich nur damit sagen. Mit dem, ähm, es lässt sich hier aushalten, ja, das hat er erwähnt, im Sinne von, Ja, es klingt schon, also man, es klingt schon negativ, so. Ja, vielleicht, weil man nicht zugeben will, oh, es gefällt mir hier richtig gut und ich finde es richtig geil, dann sagt man so, ja, es lässt sich aushalten. Mhm. Aber, ja, was heißt aushalten? Du kannst alles aushalten, to a new, du kannst alles durchhalten, sagen wir. Ja, aber weiß ich nicht, wie das zu dem gepasst hat, was ich gesagt habe. Ja, ich dachte, es war so irgendwie in der, in die Richtung, dass man, dass bestimmte Sachen so immer so negativ konnotiert, schon so von Anfang an, so wie der Satz gebaut wurde, ist es schon. Das ist was anderes, dass man, wenn ich darüber nachdenke, dass man beobachten kann, in der Sprache der Menschen generell, dass automatisch viele Sachen negativ irgendwie. Ja, genau. Hattest du auch schon mal erwähnt, du hattest auch so eine Aussage, irgendwas, oder jemand hat das gesagt in unserem Umfeld und dann hast du gesagt, schon krass, so direkt schon mit Kindern, man fängt an, so zu reden, so zu sprechen, mit solchen Aussagen, solchen Sprüchen und dass sie schon limitieren, so. Ja, ich weiß, ich weiß nicht mehr, was die Aussage war, aber ich erinnere mich an die Situation. Ja, also die Sprache an sich, die wir nutzen, ist sehr limitierend. Nicht, dass die Sprache an sich limitierend ist, aber wie wir sie benutzen, die Redewendung, die wir haben. Und ja, liegt nicht an der Sprache an sich, weil wir haben ja auch Worte dafür, etwas positiv einzurahmen. Es hängt nicht so, dass wir kein Wort für haben, leicht, einfach, ja, automatisch, mühelos, wir haben ja diese Worte, aber die werden irgendwie nicht in diesem Kontext benutzt. Ne, und die meisten Wörter so, oder die meisten Sätze sind meistens, würde ich sagen, negativ formuliert, oder limitieren, einschränken, statt positiv. So, man geht davon aus, etwas wird schwierig, oder wie auch immer, statt davon auszugehen, dass die Erfahrung positiv sein wird. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass die Menschheit oder Menschen generell so sich so klein machen, so niedermachen, sich so viel, also, haben das Gefühl, dass sie wenig wert sind, dass sie wenig verdienen, und so weiter. Zwei kleine Anekdoten vielleicht noch dazu, für die, die zuhören. Ich hatte letztens, bevor ich Urban Sports Club, ich habe schon lange darüber nachgedacht, bestimmt zwei Wochen oder so, das zu kaufen, oder nicht zu kaufen. Und habe es dann eben gekauft, beziehungsweise die Mitgliedschaft eröffnet. Das sind eben 60 Euro. Ich habe einen kleinen Gutschein bekommen, weil ich deinen Link benutzt habe. Dann kriegt man natürlich ein kleines Dankeschön. Also, wer Mitglied werden will, der schreibt mir einfach eine Nachricht, dann gebe ich euch meinen Link. Dann spart ihr 15 Euro im dritten Monat. Ich kriege auch ein bisschen davon. Also, ich kriege auch 15 Euro Gutschein. Ich will den nicht in die Beschreibung hauen, weil wer ihn haben will, schreibt mich an. Ich kriege den auf jeden Fall. Kannst du den in deinen Linktree packen. Habe ich gerade gesagt, will ich nicht reinpacken. Wer ihn haben will, schreibt mich einfach an. Ich kriege den, kein Problem. In der Beschreibung hast du gesagt. Ich will es nicht in die Beschreibung tun. Ja. Weil jemand, der es haben will, der schreibt mich schon an. Okay. Haben wir das aus dem Weg? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Genau. Und ich habe ja auch ganz viele negative Glaubenssätze und ich denke mir dann, ach, wenn ich jetzt einmal für 60 Euro was kaufe, dann habe ich nicht mehr genug Geld, um mein Essen zu bezahlen, um es unter einer Brücke leben. So übertrieben, hätte ich es gesagt. Und tatsächlich noch am gleichen Tag oder am Tag darauf, ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich das, nachdem ich das gekauft habe, ich meine am nächsten Tag, habe ich durch einen Zufall mehr Geld verdient, als ich ausgegeben habe. Womit ich nicht gerechnet hatte. Das kam komplett out of the blue, aus dem Nix so, oh cool, habe ich das Geld, was ich ausgegeben habe, schon wieder drin und noch mehr oben drauf bekommen. Also nur so viel dazu, dass ich immer denke, ja, wenn ich das jetzt ausgebe, dann habe ich weniger, aber ist eigentlich auch nur ein Glaubenssatz, weil manchmal gibt man was aus und kriegt noch mehr zurück. So wie weniger ist mehr. Also man denkt immer, um mehr zu haben, muss man mehr machen, aber manchmal muss man weniger machen, um mehr zu bekommen. Kann auch passieren. Aber die andere Geschichte war, als du einkaufen warst und meine Mutter dir vorher gesagt hat, ja, du wirst keinen Parkplatz bekommen um die Uhrzeit an dem und dem Ort. Auf der Straße. Ja, genau. Und du sagtest irgendwie, ja, wieso nicht? Ist das ein limitierender Glaubenssatz? Ich fahre einfach hin und ich kriege schon einen Parkplatz. Ja, ich habe gesagt so. Also die genaue Diskussion ist ja egal, aber es endet sich damit, dass du einen Parkplatz bekommen hast. Ja. Ja, lustig. Wollen wir es nur erzählen. Ich weiß, ich kriege einen. Also es wird, es ist schon passiert. Es ist für mich, es ist nicht so Zukunft oder es war, es ist einfach jetzt und ich musste mich nicht mit Kopf fix oder Ängsten, Stress belasten, schon auf der Fahrt dahin, weil dann genieße ich auch nicht die Fahrt. Und das war sogar der einzige Platz, der frei war auf der Straße. Ja. Und das war cool. Und sogar, da gab es so Sachen verschenkt bei Jochen, also so Blumensamen vorne. Ja. Heute im Gym haben wir auch was geschenkt bekommen. Ja. Wasser spendiert, also was heißt spendiert, wir haben einfach nachgefragt, konnten unsere Wasserflaschen nochmal auffüllen und einen Apfel und eine Bananen haben wir mitgenommen. So, was können wir denn noch hier besprechen, wo wir ein bisschen Mehrwert generieren können für Leute? Proteinpulver ist verdammt cool auf Reisen generell. Generell, auch wenn jetzt jemand zuhört, der noch nie Proteinpulver konsumiert hat und denkt, oh, das ist nur für die Fitnessfreaks und so, überhaupt nicht. Also es macht auf jeden Fall Sinn, für jeden ein Proteinpulver zu Hause zu haben. Das heißt, wenn man mal vergessen hat, was zu essen oder nicht vorbereitet ist, vergessen hat, irgendwie Hülsenfrüchte einzuwerchen, kann man sich ja einfach so ein Protein schicken und zu seiner Getreidemahlzeit zum Beispiel dazu machen. Da bricht ja nichts dagegen. Und falls ihr mal keine Pflanzenmilch zu Hause habt und ihr wollt ein Müsli machen, dann nehmt ihr einfach den Geschmack, den ihr heute habt, eine Vanilleprotein, Schokoprotein, die gibt es ja 150.000 verschiedene mittlerweile. Nehmt euch einfach die Lieblingsmischung, die ihr habt. Meistens Vanille und Schoko funktionieren, bei den meisten schmeckt das vernünftig. Und dann mischt ihr einfach da ein, zwei Esslöffel mit ein bisschen Wasser und dann habt ihr eure Pflanzenmilch. Vor allem wenn ihr es dann in Porridge macht oder in Müsli, wo man ja oft auch Pflanzenmilch nimmt, dann schmeckt es auch einfach wie Hafermilch, nur halt süß. Von daher ja Tipp an jeden, auch für die Leute, die sagen, Hafermilch und Sojamilch ist mir vielleicht zu teuer, für einen Liter 1 Euro oder 1,50 Euro. Dann kauft ihr einfach einen Kilogramm Proteinpulver. Ja, das sind dann vielleicht mal eben 20 Euro am Stück. Könnt ihr auf Ebay gucken, da kriegt man immer günstige Sachen. Zahlt ihr vielleicht mal 20 Euro für einen Kilogramm. Aber aus dem Kilogramm bekommt ihr mehr als 20 Liter Milch. Ja. Wenn ihr es nicht übertrieben dosiert. Also von daher, falls die Pflanzenmilch zu teuer ist, dann kauft ihr einfach einen Proteinpulver und mischt das mal mit Wasser und macht dann halt euer Müsli damit. Und Instant Pot. Und ne. Instant Pot sowieso kaufen. Bestes Küchengerät. Ja. Mixer und Instant Pot. Genau, Vitamix. Ja, irgendein. Thermomix geht auch. So, was können wir noch sagen? Was gibt es noch zu flowen? Ich habe das Gefühl, ich rede die ganze Zeit nur. Ich habe gemerkt auch, Badezimmerschrank. Also ist mir aufgefallen, die Größe von dem ist eigentlich perfekt für uns. Ja. Ist nur ein Regal nur. Ja. In so einem Schrank ist nichts drin. Also so gut wie nichts. Also nur, ja gut, Handtücher könnte man nicht irgendwo reinpacken. Ja. Aber für im Badezimmer haben wir eh nichts bei uns. Völlig random. Ja. Camping haben wir doch schon. Wir müssen hier chronologisch arbeiten. Ne, wir müssen unbedingt. irgendwas, was mir einfällt. Ja. Also ich habe eigentlich nichts mehr zu teilen. Was ich teilen wollte, war, wie gesagt, seid dankbar für das Wasser, was ihr habt, für die Toilette, die ihr habt. Wie sind deine Challenges in letzter Zeit? Meine Challenges? Oder was dich beschäftigt oder woran du arbeiten möchtest? Das kommt jetzt unerwartet. Ja, den Glaubenssatz gehen zu lassen, dass man Geld nicht auf einfache Weise verdienen kann. Ne, ich sage das zwar eben so einfach, so warum kann man nicht einfach sagen, Geld verdienen ist einfach, warum muss es schwer sein? und ich würde gerne daran glauben, dass es einfach ist, tue ich aber noch nicht ganz. Ich habe es noch nicht ganz losgelassen. Daran arbeite ich, also daran zu glauben, davon überzeugt zu sein, dass Geld verdienen auch einfach sein kann, dass es nicht hart sein muss, dass ich genauso viel wert bin, auch wenn ich nicht krass aussehe. Das wird auch besser, also dass ich nicht so und so viel Kilogramm Knie beugen muss, dass ich nicht so und so dicke Arme haben muss, um Bedeutung zu haben im Leben, um ernst genommen zu werden. das Geld ausgeben nicht unbedingt tot bedeutet, automatisch. Das ist noch eine Challenge. Was noch? Hast du noch was beobachtet bei mir? Aber ich belege mal. Ja, so also was du als Essstörung beschreibst. Manchmal frage ich mich, ob ob weil du das dieser Bedeutung gibst, manchmal frage ich mich, ob du dich selber nicht die Bauchschmerzen und sowas verursachst. Bauchschmerzen habe ich in letzter Zeit fast gar nicht mehr gehabt. Ja. Also ich frage mich so, ich weiß, also es ist auf jeden Fall mehr Kopfschmerzen. Es gibt so bestimmte Arten von Sucht, also das will ich nicht denyen oder so, aber manchmal frage ich mich bei bestimmten Art von Sucht, ob man das sich selber nicht kreiert. Kreiert? Ne, kreiert. Ne, du kreierst alles selber. Ja, aber ja, also ich denke mir, ich frage mich so, vielleicht wenn du das umformulieren würdest, ob es dir besser gehen würde, wenn du das nicht Essstörung nennen würdest oder wenn du sagst so, einfach, ich möchte um die Uhrzeit essen oder in diesem Zeitraum, weil ich mich besser fühle, so. Oder nicht sage, ja, weil ich eine Essstörung habe oder so. Es ist ja nicht so, dass ich jeden Tag sage, ich habe eine Essstörung, ich sage das manchmal so halb im Witz zu dir, aber für mich ist es eine Essstörung, aber es ist nicht, das belastet mich aber nicht. Also aktuell sehe ich das andere, was ich gerade genannt habe, wo ich daran arbeite, das will ich auch, aber es excited mich gar nicht, mein Essverhalten zu ändern aktuell. Also aktuell sehe ich gar keinen, es dient mir, die Art, wie ich esse aktuell, von mir aus, nenn es Essstörung oder ich nenne es selber Essstörung von mir aus, aber nur Essstörung im Vergleich zu wie andere essen. Aber ich habe dafür, ich habe damit keine negativen Assoziationen mit dem Wort Essstörung für mich. Also einfach nur eine objektive Beschreibung. Ja. Deshalb sehe ich aktuell keinen Grund, das Ganze zu ändern. Ich muss hier und da ein paar Anpassungen machen, damit ich nicht aus dem Ruder laufe. Also das Erdnussmus vielleicht irgendwo anders hinstellen, die Haferflocken woanders hinstellen, weil wenn ich Nussmus und Haferflocken gleichzeitig in der Küche habe, dann geht es einfach ab. Dann haue ich mir einfach drei, vier Müslis am Tag rein und das will ich nicht und deshalb weiß ich das vorher. Das ist wie ein Alkoholiker, der weiß, wenn ich hier Rotwein zu Hause habe, dann trinke ich den und dann ist es für mich einfacher, die zu verstecken oder dass du die versteckst oder das Erdnussmus versteckst. Ist für mich die einfachste Möglichkeit. Und eben wollte ich noch was sagen, als du gesagt hast, woran arbeitest du, würde ich noch sagen, soll ich das jetzt ausdrücken? Ich habe es in mir drin, aber ich kann es nicht ganz ausdrücken, dass ich mir erlaube, glücklich zu sein. Ich gucke schon wieder nach einem neuen Fahrrad. Das ist ja schon wieder. In der letzten Folge mit Geld habe ich auch darüber geredet, aber ich habe das nicht gekauft. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich kaufe mir jede Woche ein Fahrrad. Ich denke immer darüber nach, mir ein zweites Fahrrad zu kaufen und werde mir jetzt auch am Freitag, wenn es noch da ist, mal eins angucken wieder bei uns in der Nähe. Und dann frage ich mich, bin ich es wert, noch ein Fahrrad zu haben? Weil ganz oft denke ich mir, nee, ich kaufe mir das Fahrrad jetzt nicht oder ich gucke es mir nicht an, weil wer bin ich schon, zwei Fahrräder besitzen zu dürfen? So, ich habe ein Fahrrad und dann spreche ich mit mir selber, Marc, sei zufrieden mit dem, was du hast. Du hast schon ein Fahrrad, du musst nicht ein zweites haben. Du solltest dankbar sein. Richtig, du solltest dankbar sein für das, was du hast. Bin ich auch, aber ich kann ja auch dankbar für zwei Fahrräder sein. Das heißt ja nicht nur, weil ich zwei Fahrräder habe, dass ich nicht mehr dankbar für das erste bin. Das heißt ja nicht nur, weil ich fünf Liter Wasser zum Beispiel trinke, dass ich für die ersten vier nicht dankbar war. Also ich kann auch dankbar sein, obwohl ich zwei Fahrräder habe oder auch wenn ich, gerade weil ich zwei Fahrräder habe. Und ich denke mir dann ganz oft, nee, wie gesagt, ich bin es nicht wert, zwei Fahrräder zu haben. Ich bin es nicht wert, damit Spaß zu haben. Ich habe das nicht verdient. Ja, das würde ich gerne ändern. Dass ich mir selbst mehr, nicht mehr Sachen gönne, das ist auch irgendwie komisch gesagt, dass ich es mir erlaube, mehr Sachen in meinem Leben zu haben, strichstrich erleben. Integrieren. Jetzt bin ich raus, weil ich mir viel Satz angefangen habe. Das Wort hat mich rausgebracht. Also ich möchte mir mehr erlauben, Dinge zu haben, aber es muss ja nicht materialistisch sein, oder Dinge zu erleben, ohne mich dabei schlecht zu fühlen, weil andere die vielleicht nicht haben können oder sich nicht erlauben wollen oder können. Totenstille? Ja, also... Ist ein Podcast. Also wenn wir Podcasts zu zweit machen, dann musst du schon reden. Ja, ich weiß. Aber ich finde es gut, also dass du dran arbeitest und dass du dir mehr Sachen kaufen willst, ohne dafür jedes mein schlichtes Gewissen zu haben, oder... Nee, nicht unbedingt, dass ich mir mehr Sachen kaufen will, aber... Ja, aber... Das hört sich schon wieder so an, als wenn ich jeden Tag neue Sachen kaufe. Nein, dass du dir erlaubst... Äh... Ist sowieso immer gebraucht, wenn ich was kaufe. Ja, ich weiß. Darf man abgesehen. Ja, dass du dir das erlaubst... Einfach das Geld dafür... An etwas Freude zu haben. Ja. Sei es an einem materialistischen Gegenstand oder an einer Erfahrung auch. Ja. Und immer mit Geld verbunden, also mit Geld dafür ausgeben... Ja, ja, genau. Und vorher glücklich zu sein mit der Tatsache, dass du Geld ausgibst überhaupt und damit zu fragen, zufrieden sein, dass du jetzt dieses andere Fahrrad auch hast und nicht automatisch denken, ja, das ist zu viel, zwei, oder... Es kann doch... Es kann doch nicht so gut sein. Also es ist... Das ist zu gut für mich. Genau. Also es ist zu gut, um wahr zu sein. Wenn du... Das wäre... Aber wenn ich das auch noch mache, wenn ich jetzt auch noch auf Ebay das und das Angebot finde und wenn dann noch die Sonne scheint und dann kriege ich auch noch hier ein neues Jobangebot und dann kriege ich auch noch einen neuen Sponsor... Nein, das wäre zu viel für mich. Das wäre zu viel des Guten. Was heißt denn zu viel des Guten? Wer sagt denn, wo das Limit ist? Ja. Ja. Da ist es ziemlich arrogant. Ja. Ja, zu denken, dass man nicht wert genug ist, um so viel Glück oder was auch immer zu erfahren. Ja. Ja, ich glaube, weißt du, da will ich auch dran arbeiten. Ich habe das Gefühl, also innerlich, ich will... Nee, ich erinnere mich gerade so. Wenn man zusammen im Restaurant ist, also ich kenne es irgendwie von früher, oder ich habe es auch so gemacht, jemand hat zum Beispiel was bestellt und ich war sehr schüchtern früher und habe auch nicht gerne mit Leuten gesprochen, die mich bedient haben im Restaurant, so als Kind zum Beispiel. Und dann bist du froh, wenn du nicht der Erste in der Runde bist, der was bestellen muss, sondern angemessen sind jetzt fünf Leute in der Runde oder sechs oder sieben und die sieben Leute bestellen vor dir was. Ja. Und die Person Nummer drei sagt jetzt, ich hätte gerne Tofu Curry mit Ja, wir auch immer. Irgendwas Topping. Da habe ich mich schon gefreut, auch wenn ich damals noch kein Tofu Curry gegessen habe, aber ich habe mich gefreut, wenn die Sache, die ich haben wollte, die ich bestellen wollte, schon genannt wurde, weil da kann man einfach dazwischenrufen und sagen, zweimal bitte. So, das nehme ich auch und dann macht die einfach oder er oder sie auf dem Schreibblock noch einen Strich und dann kriegst du das selber und du musst dann nicht am Ende nochmal erzählen, was du haben willst. Oder wenn du mit jemand anderem im Restaurant bist, der auch vegan ist und der sagt, ja, ich bin vegan, können Sie mir bitte hier irgendwie Kartoffeln mit das und das machen? Ja, kann ich. Und dann brauchst du nur sagen, ja, ich auch. Weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Also, weil du gesagt hast, ja, daran will ich auch arbeiten. Okay. Das hat mich irgendwie daran erinnert. Ja, aber ich hatte nicht genannt, woran genau, aber ich weiß nicht. Ja, meine Glaubenssätze so. Woran willst du arbeiten? Da und da und da. Ah ja, das nehme ich auch. Da will ich auch dran arbeiten. Daran hat es mich erinnert. Also hattest du Angst mit den Kellnern zu reden oder dass Leute dich hören, als du was bestellt hast oder? Ja, ich hatte einfach Mühe damit, vor anderen Leuten zu sprechen oder zu sagen, was ich haben will oder was ich bestellen will. Ich war einfach generell schüchtern. Jetzt machst du Podcast. Ja. Und mache Vorträge und ja. Nee, ich will auch daran arbeiten, also ich denke, dass ich das verdiene, mehr Geld in meinem Leben zu bekommen, um bestimmte Sachen zu erreichen, um mehr Leute zu dienen, mehr Leute zu inspirieren und so weiter. Aber ich glaube, manchmal denke ich vielleicht zu sehr, dass ich, das ist einfach reich so, was ich jetzt habe. Und deswegen manchmal so, weil du das auch schon mal geäußert hattest, dass du ungern mehr Geld hättest, weil dann hast du Angst, wie es alles so dann mit den Steuern läuft und alles. Und dann denke ich mir, nee, ich will eigentlich schon mehr haben. Ich denke auch, dass ich mehr verdiene und dass ich große Sachen machen möchte, dass ich wirklich kreativ werden möchte, dass ich ganz viele Sachen erleben möchte und mir erlauben möchte mit dem Geld. Und deswegen, ich will mich von dieser Angst trennen, dass mehr Geld ist gleich mehr Probleme mit Steuern oder das, ja, also ist meistens mit Steuern eigentlich. Oder mit Krankenkasse. Und mit Krankenkasse, mehr Geld für Krankenkasse, so, weil jetzt zum Beispiel in letzter Zeit, die Krankenkasse hat gesagt, ich musste so einen Fragebogen wieder ausführen, so zum dritten Mal gefühlt im Jahr, damit sie wissen, wie viel Geld ich verdiene. Und dann muss ich am besten noch sagen, wie viel mein Partner verdiene. Aber ich schreibe einfach so, ich bin ledig. Und da denke ich so, was wollen sie hier wissen, so wieder. Und dann, wenn ich das nicht ausgefüllt habe, dann haben sie gesagt, ja, dann führen wir direkt ihre Mitgliedschaft so zur höheren Stufe und dann bezahlen sie 900 Euro im Monat. Da war ich so, what the fuck, das ist fast, was ich verdiene, so als Geld. Und dann müsste ich das alles ausgeben für Krankenkasse. Was ist das für ein Scheiß? Und wieso dürfen sie das überhaupt? Und dürfen sie das, ist die Frage. Da habe ich mir gedacht, ich habe keinen SEPA-Latschrift oder so, also sie können eigentlich das nicht machen. Und das hat mich so angepisst. Ich hatte so Angst. Da habe ich gedacht, dann gehe ich zu einer anderen Krankenkasse. Habe ich auch gemacht, das beeintragt. Vielleicht mehr aus Angst, aber ich habe mir schon länger überlegt, mit dieser Krankenkasse zu sein, weil ich bessere Gefühle damit dazu ziehe, weil das ist die BKK Pro Vita und sie fördern eine reinpflanzliche Ernährung, machen nachhaltigere Sachen und so weiter. Und dann hatte ich Angst, als wir im Urlaub gefahren sind, ich hatte Angst, okay, es muss bis 23. Juni jetzt, muss ich bei der anderen Krankenkasse angemeldet werden, damit sie elektronisch kündigen bei der anderen, damit es vorbei ist, weil die anderen hätten, sonst am 23. würden sie Geld abziehen oder so. Ich weiß nicht, wie sie das machen sollten, also sollten sie nicht können. Und dann habe ich mir gedacht, so auf den Weg, so scheiß drauf, ich will nicht diesen Stress in mir haben, als wir in den Urlaub fahren. Ich sollte mich freuen. Und wenn es so passieren sollte, dass sie auch 100 Euro abziehen, ja, dann ist das passiert. Und dann werde ich... Kannst du dich immer noch dann ärgern, wenn du möchtest. So, ja, genau, ich kann mich dafür entscheiden, will ich mich darüber ärgern oder will ich einfach so, okay, ich hätte nicht so aus Angst so direkt reagieren sollen und ich hätte einfach diesen Fragenbogen ausfüllen können. Aber ich sage dir so, ich habe sehr oft so diesen Widerstand in mir, hast du auch bemerkt, so vor allem bei so Krankenkassen und so, so wie ein Kind, so zu seinen Eltern. Ja, ich mache das so, ich mache einfach, wie ich will. Ja, genau, so, nein, scheiß drauf. So, ihr werdet das nicht so machen, so ich entscheide, so ich mache das so. Die Kritik ist gekommen. Ja. Und ich glaube, ich war genauso so meistens zu meinem Papa, weil da war immer so eine Spannung ein bisschen zwischen uns, weil er so ein sehr, so ein Temperament, kann man das sagen? Ja, autoritär. So sehr autoritär war und ich wollte so meine Grenzen zeigen und jetzt habe ich ja gedacht so, ja, wenn sie so viel Geld abziehen, dann ja, mach doch. Ich werde finanziell unterstützt und dann bekomme ich aus anderen Fällen, ich werde nicht unter der Brücke schlafen müssen. So muss das nicht laufen. So, langweile ich dich jetzt? Nee, war gut zum Teilen. Wir hatten ja auch schon privat drüber gesprochen, deshalb kannte ich die Details. Ist meine Therapie so, wenn ich darüber rede. Ich weiß, ich kenne das. Ist ja bei mir nicht anders. Ja, aber ich habe nichts mehr zu sagen. Also ich denke, man kann den Podcast nochmal von vorne hören, wenn man eine Zusammenfassung haben will, aber ich denke, ich habe es lang und breit dargelegt. Was ich sagen wollte, was mir von der Toilette bis hierher eingefallen ist, zum Erzählen. Mhm. Ist nichts passiert draußen. Ich habe Richtung Toilette gezeigt. Ja, ja, ich. Ja, über Proteinpulver gesprochen. Schaut mal auf Ebay vorbei. Das war auch wieder so ein Ding. Letzte Anekdote noch für heute. Wir hatten zwei Proteinpulver gefunden auf Ebay oder ich hatte sie gefunden und hatte dich gebeten, die auf Ebay zu ersteigern, während ich auf der Arbeit war. Und es hat nicht geklappt. Es hat jemand anderes gekauft. Punkt. Passiert ja manchmal auf Ebay. Und da war ich natürlich ein bisschen angepisst. Ich war nicht wirklich sauer. Ich war innerlich so, ach Mann, ich hätte die gerne gehabt, die Proteinpulver. Vor allem das Gute war, das waren zwei Dosen, zwei unabhängige Angebote, die aber von der gleichen Person verkauft wurden. Das heißt, wenn wir beide gekauft hätten, wären zwei Dosen in ein Paket gekommen. Ist mir immer auch wichtig, weil je weniger Pakete versendet werden müssen, desto besser offensichtlich. Ressourcentechnisch, klimatechnisch. Ich sage ja schon, klimatechnisch. Ihr wisst, was ich meine. Man muss ja auch mit den sprachlichen Worten arbeiten, die wird die Gesellschaft nutzen. Und dann hatte ich schon wieder diesen Glaubenssatz, habe ich dir auch gesagt, oh Mann, das waren aber die zwei in einem Paket und sowas werden wir nicht mehr finden für den Preis. La la la. Was passiert am nächsten Tag? Ich finde ein Angebot auf Ebay. Fünf Proteindosen von einem anderen Hersteller von einer Person. Das heißt, ich habe hier gedacht, es wird nie mehr passieren, dass zwei Dosen irgendwie von einem verkauft werden. Ja, du hast genau von diesem Geschmäcker. Ja, okay. Aber dann habe ich fünf andere gefunden mit anderen Geschmäckern, die vielleicht noch auch geil schmecken. weil das war Zimtstern oder Zimt irgendwas, Zimtflake, Choco Brownie, Vanilla Ice Cream, Peanut Butter Jelly und Choco Brownie, Peanut, Karamell. Karamell. Also wie Snickers. Ja. Ich kriege was da im Mund. Nee, aber vor allem, ja, und dann hast du dich noch mehr über diese eine Firma erkundigt und dann warst du noch mehr davon überzeugt, von dieser Firma was zu nehmen, also. Nicht mehr überzeugt, aber zumindest so sicher, okay, das kannst du kaufen, das ist nicht eine Dreckfirma oder so. Selbst wenn es gebraucht ist. Genau. Ja. Biss mehr, so ein bisschen Werbung. Ja, also ich unterstütze die Firma jetzt nicht finanziell, weil ich bekomme es von jemandem privat, wenn ich es kaufe oder wir. Aber trotzdem will ich natürlich auch, wenn ich gebraucht ein Proteinpulver kaufe oder was er schon gebraucht, noch versiegelt ist, aber was schon jemand vorher besessen hat, kaufe, dann will ich natürlich trotzdem ein Proteinpulver haben, was eine gescheite Qualität hat. Und wenn es eine deutsche Firma ist und so weiter, dann das war eigentlich nur die Recherche. Aber das war die letzte Anekdote, die ich loswerden wollte. Ich hoffe, ich hatte es nicht zu viel gelangweilt. Willst du noch was sagen? Sonst mache ich die Abmoderation. Die was? Die Abmoderation? Die Abmoderation, das Outro. Ach so. Ich muss dir gleich noch die üblichen Dinge sagen, ne? Nee, ich glaube so, einfach so eine letzte, Botschaft, Nachricht an die Leute nicht euch so machtlos führen oder dass ihr denkt, ihr seid stuck mit den gleichen Glaubenssätzen so für immer oder dass ihr nur immer die gleichen Sachen erleben werdet oder so, weil ihr habt eigentlich, die Macht in euren Händen und ihr könnt wirklich jederzeit eure Glaubenssätze umformulieren oder umstellen, damit es euch besser dient und damit ihr dementsprechend was Besseres in eurem Leben erfährt. es ist möglich. Es ist möglich und das ist verdammt cool, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben. Für mich ist, ich habe das gestern wirklich als Privileg wahrgenommen. Ich dachte, es ist so verdammt geil und ich fühle mich direkt so viel besser, nicht verzweifelt. Ich finde, das ist einfach geil, dass wir das überhaupt können. Ja. Lass dich so stehen. Ich füge dem gar nichts mehr hinzu, außer, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert den Podcast, sei es auf YouTube, den YouTube-Kanal oder auf Spotify abonnieren oder auf Apple Podcast oder wo auch immer. Lasst gerne einen Kommentar da. Das hilft auch immer. Wir interagieren gerne mit euch, sei es per Nachricht auf Instagram. Übrigens, bei meiner letzten Folge zumindest, einige Leute haben mir direkt eine Nachricht geschrieben auf Instagram dazu. Von daher nochmal vielen Dank an euch. ich lese sie sehr gerne. Schickt mir auch gerne euer Feedback, wie euch die Folge gefallen hat beziehungsweise wie es euch konkret weitergeholfen hat, vielleicht mit eigenen Glaubenssätzen, die ihr auflösen konntet. Schickt die Folge gerne weiter an Leute, wo ihr das Gefühl habt, das wird auf jeden Fall der Person helfen, weil dann helft ihr dieser Person, der ihr die Folge schickt. Und euch selber. Ihr helft euch selber. Ihr helft uns. Von daher win, win, win. Und der Welt, und der Welt, genau. Ripper-Effekt. Ja. Win, win, win. Ist doch nichts Schlechtes passiert, wenn man zu viel positiven Inhalt geteilt hat. Nee, genau. Und sowieso kostenlos. Also abonnieren, teilen ist für euch sowieso kostenlos. Niemand wird kommen und sagen so, jetzt ist der Spaß vorbei. Ja. Und das ist das erste Podcast, was wir mit zwei Mikrofonen aufgenommen haben. Ja, und das hat doch geklappt. Mhm. Obwohl der Glaubenssatz am Anfang war, schaffen wir nicht, also jetzt geht nicht, ist vorbei. Jetzt haben wir es mit OBS aufgenommen und ich hoffe, wenn ich gleich ausmache, dass es klappt. Mal schauen. Mal schauen, genau. Falls es nicht klappt, dann... Woran wirst du glauben? Dann werdet ihr es nicht hören. Ich glaube, es klappt. Ich glaube auch. Ist schon online die Folge jetzt. Ja. Ist schon, wir sind schon in den Ohren von den Leuten drin. Ja. Es hat schon geklappt. Schon da. Okay. Das war's. Peace out. Peace out. Ciao.